Ich bin Anna. Ich bin Rio. Deutsch ist eine schöne Sprache. Warum habt ihr euch für das Pinoza-Lyceum entschieden? Wo? Weil es eine Datenstunde ist. Das ist eine Datenaufgabe. Elisa? Weil ich Musik liebe und ich singe. Bruno, hast du von deinen Fragen? Warum fragen sie sie? Nein. Josef, hast du von dir ich sie etwas fragen? Nein. Bruno, wohnst du in einem Dorf? Nein, ich wohne in einer Stadt. Hast du das Karte wie alt bist du? Nein, ich habe das nicht. Wir gehen zu Pinoza und das ist fett cool. Wir haben Deutsch bei Pinoza und das ist sehr wundervoll. Wir hopen, dass ihr auch nach dieser Schule geht. Und dass ihr nach uns toe kommt und mit uns ein Praatje macht. Ok, dann hoffentlich bis nächstes Jahr. Tschüss. 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 Tschüss.